Na, wie haben wir denn da? Was guckst du? Guckst du dir das da an? Das guckst du dir an? Naja, das ist richtig, das weißt du schon, oder? Pass mal auf, weißt du, was das ist? Das ist ein... Ein Stück. Für den Hund. Guck mal da hin. Mach mal Sitz. Und fein bleib. Das packen wir jetzt mal schnell aus. Ein schöner großer Knochen für den Hund da drüben. Wir haben den Unterarm, wo man mal so guckt. Nimm. Hände. Kommst du ran? Tja. So, dann wollen wir auch noch mal gucken. Wer nimmt? Naja, scheint sich so zu wippen, wenn man damit machen soll. Alter. Nimm. Hier. Hier. Großer. Ich darf festhalten, der Hund ist nicht sehr begeistert. Oh, da ist er wieder. Naja. Er guckt noch. Ehrlich, den Stock nimmst du? Ja, schlepp weg das Ding. Na nimm. Großer. Dann nimm ich's dir wieder weg. Dann nimm ich's dir wieder weg, so. Ach, jetzt willst du doch? Jetzt willst du ihn doch haben, ja? Das ist ja wirklich. Ja. Nein, nimm. Na gut, wahrscheinlich wird er ihn noch verbunden. Ja. Ja. Bis zum nächsten Mal.